Ja hallo Elin, hier ist es natürlich mein Vater, Frau, ich bin der Tag für heute mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, ja ich wollte mal, ja egal, fangen wir mal so an, geht mal heute um das Thema, ja das manchmal gefährliche Halbwissen rund um Narzissmus, ja ich beobachte das schon länger, das ist ja manchmal das Gefühl, dass so Psychologie eins der wenigen Sachen ist, die man, wo vielleicht der eine oder andere meint, man müsste das nicht studieren oder sich da ausbilden oder und ich finde es echt schwierig, ich habe lange überlegt, ob ich mal so ein Video mache, aber ich persönlich finde es echt schwierig, dass man über Begriffe, die erstmal nur sehr wenige Menschen wirklich betreffen, klar, also viele Menschen haben, also alle haben irgendwo narzisstische Anteile, jeder kann mal narzisstisch gekränkt sein und aus dieser Kränkung, Ego-Kränkung vielleicht Sachen machen, die vielleicht narzisstisch rüberkommen, ich weiß es nicht, aber erstmal, also jetzt in der Vollausprägung betreffen das nur wirklich sehr wenige Menschen und ja, also nicht jeder, der sich einen Arschloch benimmt, ist ein Narzisst und also, was mich wirklich total aufregt ist, dass da Begriffe, die wirklich, ja es sind psychiatrische Begriffe, natürlich kann man da, ich meine auf Social Media kann man alles mögliche machen, man kann seine eigene Meinung zu allem möglichen sagen, man kann seine, weiß ich nicht, seine eigene Betroffenheit oder was man dazu denkt, alles fein, aber wenn man da so, äh, vielleicht mal sagen, aus so einem Halbwissen vielleicht meint, ähm, tiefgehende Aussagen treffen zu können, wie die Welt ist, ähm, ohne dass, ja, dass man in diesem Bereich wirklich vielleicht auch mal länger gearbeitet hat, dass man vielleicht auch mal, äh, ob das jetzt eine ärztliche oder eine psychologische Psychotherapieausbildung hat oder irgendwas, was in die Richtung geht zumindest, ähm, äh, finde ich das schwierig. Ja, vielleicht kann man auch meinetwegen einen psychologischen Heilpraktiker haben und darauf eine super Ausbildung, ähm, aufgesetzt, äh, kleine Heilpraktiker hat ja auch so seine, naja, ist egal, will jetzt gar nicht reingehen, ähm, aber darauf eine gute, oder meinetwegen auch, dass man, weiß ich nicht, auch andere Weise kann man sich das sicherlich reinziehen, aber es ist nicht dieses, äh, das ist nicht, also wird es auch niemandem eine Rakete bauen lassen, der mal eben, äh, weiß ich, in der Fuchshochschule zwei Wochen, ähm, Physik studiert hat, also, es ist schon ein bisschen, weil, ähm, also sozusagen die äußerst komplexen Dinge, die zwischen zwei Menschen passieren, so in toxischen Beziehungen, die wirklich so viele Layer haben, so viele, wo ich mal, äh, so unklar ist, wer, ist der Täter, ist das Opfer oder ist wechselständig, oder, also diese ganzen Feinheiten zwischen, ähm, co-abhängigen Tendenzen, narzisstischen Tendenzen, emotional instabilen Tendenzen, oder, oder einfach nur normale Kommunikationsprobleme sind so komplex, dass ich finde, es ist schon wert, also, bevor man da, wie gesagt, weitreichende Äußerungen drüber macht, dass man sich damit vielleicht mal beschäftigt hat, und, ähm, ja, zumindest, wenn solche Aussagen über vielleicht die eigene Befindlichkeit oder eigentlich persönliche Meinung hinausgehen, so, und, also, das liegt mir schon ziemlich auf der Seele, irgendwie auch schon länger, aber, gut, es ist, wie es ist, ähm, ist halt, die Welt ist bunt, oder soll sie auch so sein, und, äh, aber ich finde es schwierig, vor allen Dingen, wenn, äh, solche Begriffe, also, so, Narzissmus ist ja mittlerweile auch wirklich so ein Buzzword geworden, ich meine, da kann man auch super, weiß ich auch, super Clickbait mit betreiben, dass mehr Videos geguckt werden, aber es ist, äh, diese Lösungen sind nicht so einfach, wie, glaube ich, viele denken, es ist nicht so schwarz-weiß, wie viele denken, ähm, aber da ist momentan, kommt momentan so viel Wut und auch Hass im Kollektiv hoch, habe ich so das Gefühl, dass, das muss vielleicht auch so sein, das ist vielleicht jetzt eine, äh, schwierige Phase, bevor es hoffentlich in eine gute Richtung weitergeht, und wir alle mehr ins Herz kommen, ähm, aber da kommt so viel alter Wut und Hass hoch, der dann in so, ja, in so Kampfbegriffen manchmal abgearbeitet wird, also, natürlich gibt's Narzissten und natürlich, äh, gibt's Opfer in narzisstischen Beziehungen, also, das hab ich auch immer gesagt, der weiß auch immer, äh, es ist so, aber wer da wer ist, äh, und wer da grad, äh, das ist manchmal nicht so einfach, wie man, äh, wie man vielleicht denkt, ne, so, oder, also, und das ist, äh, ich würd mir halt einfach wünschen, aber das ist ein frommer Wunsch, dass das wirklich in dieser ganzen Komplexität und in diesen ganzen feinen Abstufungen dargestellt wird und nicht so 0,1, aber gut, es ist, wie es ist, und, aber was ich euch gerne mitgeben möchte, wenn ihr, egal wo, ob jetzt bei mir, bei anderen, äh, Material rezipiert oder auch in Büchern oder was, also, ich würd euch gerne mal, weil ihr seid, auf eine Art, seid ihr alle Experten für euer eigenes Gefühl, ne, also, fühlt wirklich mal in euch rein, wenn ihr Dinge gehört, ob ihr euch danach besser fühlt oder ob ihr euch danach noch beschissener fühlt, da würde ich wirklich mal, äh, und wenn man sich besser fühlt und verstanden fühlt, äh, prima, aber, äh, wirklich mal in sich reinfühlen oder ob man das Gefühl hat, man ist noch mehr im Morast, noch mehr, äh, auch in der Verzweiflung, noch mehr, äh, ja, fühlt man sich einfach schlecht, das ist wie bei Essen, also, das muss ich auch, eigentlich muss sich das auch keiner sagen, was man essen soll, weil der Körper sagt einem das, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, und insofern, äh, ja, das ist, was ich euch gerne mitgeben würde, so, was auch immer ihr wo rezipiert, fühlt wirklich mal rein, fühlt sich das gut an, fühlt sich das aufbauend an, fühlt sich das liebevoll an, fühlt sich das an, ähm, auch, auch meinetwegen, ähm, liebevoll im Sinne von, ja, hier werden mal klare Sachen angesprochen, die sind vielleicht unangenehm, also auch liebevoll in der, also, in der Richtung, ähm, und fühlt sich das wie eine Sache an, die mich wirklich aufbaut, auch wenn sie mich vielleicht erst mal fordert, irgendwie, oder ist es irgendwie, fühlt sich das an, wie, boah, wie so noch mehr Treibstand, die mich so, äh, untergehe, ja, da würde ich mal, ähm, ähm, würde ich mal drüber nachdenken, und dass man wirklich, äh, wirklich guckt, also, das kann man eigentlich bei allem sagen, auch bei Nachrichten, und ich weiß nicht, was tut einem, was wirklich gut ist, das wirklich Sachen, die einem, fühlt man sich nach besser, wenn man Nachrichten geguckt hat, schlechter, aber bei diesem psychologischen Thema ist es auch so, also, wenn ihr ja irgendwas rezipiert, tut euch das gut, oder tut euch das nicht gut, also, und, ähm, ja, Ja, also, ich finde es spannend, und, ähm, naja, egal, ich möchte mich da erst nicht so viel aufregen, ähm, wir schauen, also, gespannt über eure Kommentare, und wir werden es bald wieder sehen. Wir werden es bald wieder sehen, und wir werden es bald wieder sehen,